Sie hören Höhenrausch Das kurze Leben zwischen den Kriegen Von Harald Jähner Gelesen von Frank Arnold Ein Hörbuch des Argon Verlags Vorwort Das neue Leben Geschichte wird manchmal mit dem Fotoapparat gemacht. Als die Fotografin Frieda Ries 1925 den jungen Boxer Erich Brandl nackt vor die Kamera stellte und in ihrem Atelier am Kurfürstendamm seinen trainierten Körper so raffiniert ausleuchtete und zur Schau stellte, wie es sonst nur Männer mit Frauenkörpern hielten und als dann der Kunsthändler Alfred Flechtheim die dabei entstandenen Bilder, Vorder- und Rückenakt in seinem Zeitgeistmagazin Querschnitt ganzseitig abdruckte, taten beide das in dem berauschenden Gefühl, auf der Höhe ihrer Zeit zu sein. Das Boxen war eine neue, aus Amerika gekommene Sportart, die in der deutschen Kulturszene für Aufregung und Begeisterung sorgte. Von den Boxkämpfen konnte man was lernen. So könnte, so müsste ein Theaterabend sein, meinte nicht nur Berthold Brecht. Er installierte in seinem Arbeitszimmer einen Punching Ball. Die Schriftstellerin Vicky Baum trainierte regelmäßig in einem Boxstudio. Das Wort Körperkultur machte die Runde. Der makellose, durchtrainierte Körper war eine Obsession der Zeit. Modern sein hieß, sportlich und schnell sein. Und schließlich hatte die bilderhungrige Republik ein besonderes Fäbel für Fotografinnen und den weiblichen Kamerablick. Die interessantesten, innovativsten Gestalter in diesem neuen Gewerbe waren Frauen. Frida Ries ließ Erich Brandl zu Boden schauen. So sah er viel objekthafter aus, als wenn er Gesicht gezeigt und den Betrachter angeschaut hätte. Zudem verbot sie ihm die üblichen herausfordernden Boxergesten. Statt mit kampfbereiten Fäusten Deckung haltend, wie die Bildhauerin René Sintenis den jungen Boxer zeigte, bat Frida Ries ihn, den rechten Arm etwas zu heben, sodass sein Körper besonders schutzlos wirkte. Diese betonte Verletzlichkeit verschärfte noch den Eindruck, wie radikal und herausfordernd hier die üblichen Rollen von Mann und Frau vertauscht worden waren. Dass eine Frau so liebevoll einen Männerkörper zum Objekt degradierte, wie auf diesem Bild, das kam selbst in den provokationslustigen 20er Jahren nicht oft vor. Das sollte Folgen haben, da konnte man sicher sein. Anhand solcher Szenen wie dem Fotoshooting im prominenten Studio der Frida Ries erzählt dieses Buch das spannungsreiche Panorama einer Zeit, die in vieler Hinsicht wie eine Blaupause der heutigen wirkt. Von der Gegenwart aus gesehen zeigt sich die Weimarer Republik wie ein Wackelbild, überraschend heutig und dann doch wieder auf bizarre Weise fremd. Mal wirkt sie beinahe moderner, als wir es sind, fast so, als würden wir zurückblicken auf etwas, das uns erst noch bevorsteht. Dann wiederum erscheint sie so weit entfernt von uns, wie die düster gekleideten, steifen Figuren auf den Familienbildnissen unserer Ururgroßväter. Wie euphorisch hatte es 1918 angefangen, mit dem Sturz des Kaisers und der Ausrufung der Ersten Demokratischen Republik auf deutschem Boden. Die alte Welt ist morsch, sie knackt in allen Fugen, fühlte die junge Ausdrucks- und Grotesktänzerin Valeska Gerd. Ich will helfen, sie kaputt zu machen. Ich glaube an das neue Leben. Ich will helfen, es aufzubauen. Auf allen Gebieten schien eine neue Zeit anzubrechen. Man erwartete den neuen Menschen, die neue Frau, das neue Bauen. Selbst die Sachlichkeit wurde als neue Sachlichkeit mit Leidenschaft verfochten. Auch der Architekt Bruno Taut, bald berühmt für die zurückhaltende Funktionalität seiner Großsiedlungen und eigentlich ein Mann des Ausgleichs, jubelte 1920 in fast religiöser Verzückung, »In der Ferne glänzt unser Morgen. Hoch das Durchsichtige, Klare. Hoch die Reinheit. Hoch der Kristall. Und hoch und immer höher das fließende, grazile, kantige, funkelnde, blitzende, leichte. Hoch das ewige Bauen.« So sachlich, wie man heute die kubischen Bauten und die kargen Stahlrohrmöbel des neuen Bauens erlebt, kann man sich kaum vorstellen, in welchem Höhenrausch sie damals gestaltet wurden und welcher Aggressivität. Gegen die stuckverzierten Gründerzeitbauten... ... ... ... ...